Vitring Media präsentiert den TRACK-Transformer. Ein Befestigungskit, welches es ermöglicht, die LED-Displays in eine bereits vorhandene Stromschiene von U-TRACK zu integrieren. Eine zusätzliche Stromschiene ist damit nicht mehr erforderlich. Einzelne LED-Displaystränge können so zügig in die Schiene eingehängt werden. Der WM-TRACK-Transformer – eine intelligente und kostengünstige Möglichkeit, vorhandene U-TRACK-Schienen zu nutzen. Der WM-TRACK-Transformer lässt sich ohne Montageaufwand anbringen. Er passt sich in Design und Farbe der vorhandenen Schiene an. Die Leistung beträgt 75 Watt und das Gewicht der angehängten LED-Displays kann bis zu 10 kg betragen. Die LED-Modelle WM1 und WM2 in den Formaten A4 bis A1 sowie das digitale Light & Play sind kompatibel mit dem WM-TRACK-Transformer. Es war noch nie so einfach, bestehende Schienensysteme mit den LED-Displays von Vitrine Media zu nützen.